Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Das ist eine neue Folge meiner Serie Was wurde aus? Und heute reden wir mal darüber, was wurde eigentlich aus den VR-Glav. Das sind diese Handschuhe, die ich damals auf Kickstarter supportet habe. Und da reden wir mal darüber, was ist denn jetzt damit? Kommt das noch? Kommt das nicht mehr? Oder was auch immer. Danke an meine Sponsoren, Voodoo.vr, Opperman Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ja Leute, VR-Glav, so sahen die aus hier. Also man konnte dann quasi in VR Sachen fühlen mit Feedback und alles. Das war natürlich auch getrackt hier, so ein Vive-Tracker war da dran. Das Ganze, wenn man mal hier in die Updates guckt, ging irgendwann so Mitte 2017 los. Die ganze Kickstarter-Kampagne. Da gab es auch noch viele Updates und alles. Und ich selber habe 360 Dollar reingeballert. Also relativ viel Geld, das ist ja nicht wenig. Und hier steht auch, das Ganze sollte im Dezember 2017 ausgeliefert werden. Nun, sechs Jahre später, fünfeinhalb Jahre später, nix. Ja, nix bekommen, gar nix. Geld ist weg. Was ist los? Ja. Man könnte natürlich jetzt hier mal in die Kommentare schauen und dann sieht man schon, wo man da dran ist. Es hat nämlich niemand bekommen. Alle beschweren sich und haben das auch schon an Kickstarter reported. Ich natürlich auch schon. Aber ihr wisst, das ist dann halt Pech. Wenn man auf so Leute reingefallen ist, dann kriegt man das nicht mehr. Und es sieht auch aus, also die haben tatsächlich auf der Webseite, ich habe das die ganze Zeit verfolgt, haben die immer noch Updates gebracht, aber nur für den Business-Bereich. Die haben auch schon gesagt, das Ding steht zur Verfügung, das kann man auch kaufen und so. Aber auf Kickstarter, die ganzen Bäcker, die denen die Kohle gegeben haben, die haben die gar nicht, das war nichts mehr, Totenstille. Die haben die komplett ignoriert. Und was aber noch viel krasser war, die Leute haben sich überall beschwert. Ja, zum Beispiel auf der LinkedIn-Seite von denen. Die kann ich jetzt hier nicht aufrufen irgendwie. Wahrscheinlich ist das alles schon geschlossen. Die haben alle Kommentare gelöscht, sofort. Auf LinkedIn zum Beispiel. Und daran hat man auch schon erkannt, okay, die wollen da nicht erkannt werden als potenzielle Betrüger oder sonst irgendwas, was es in meinen Augen ist. Für mich ist das Betrug, auf jeden Fall. Und das schreiben die meisten Leute auch, Investment-Scam und so. Weil, also ich sag mal so, wenn ich was da auf Kickstarter bezahle, dann weiß ich, das kann auch weg sein. Das ist, wenn die mir auch ein Update geben und sagen, können wir plausibel erklären, dass es nicht funktioniert hat. Dann ist das für mich okay. Dann sage ich, okay, das ist dann halt so. Aber wenn gar nichts mehr kommt, wenn sie dann aber auf einer anderen Seite schreiben, ja, wir sind hier in irgendeinem Business-Bereich, dann schreiben, okay, ja, wir haben hier was und so und machen dann Updates. Dann ist das für mich Betrug an den Supportern. Auf jeden Fall. Das ist definitiv ein großer Scam. Und da müsst ihr, ja gut, jetzt ist es eh zu spät, ja, und das Geld kriegst du auch nicht mehr zurück. Aber das ist schon krass, ja. Also ich habe sogar tatsächlich versucht, das Geld irgendwie über die Kreditkarte zurückzuziehen. Das war aber schon zu lange her, das geht dann nicht mehr, leider. Ja, und wahrscheinlich hätte ich dann auch Probleme mit Kickstarter bekommen oder irgendwas. Ja, es ist weg. Das war viel Geld und das geht mir heute noch tierisch auf den Keks. Ne, wenn man hier, man kann noch so ein bisschen was über diese Firma finden, ja. Hier ist zum Beispiel die Founder, ja. Das ist der, auch einer von den Co-Foundern, der Derek Kearney. Sieht eigentlich aus wie ein vernünftiger Kerl. Wobei, das ist ja Quatsch, sowas zu sagen. Also man sieht es den Leuten eh nicht an, ja. Ist Quatsch. Aber, ja, es ist Betrug, ja. Es ist Scheiße und sowas macht man halt einfach nicht. Und wenn ihr auf die offizielle Seite geht, VR-Glav, hier sieht man zum Beispiel auch auf Zoom-Info, hier sieht man sogar die Adresse, ja. Das ist krass. Guck mal, wenn wir hier drauf gehen, zack, die Seite ist weg. Ja, also das gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist definitiv tot. Da kommt auch nichts mehr. Und die ganze Sache ist im Arsch. So, guckt man sich diese Adresse hier an, dann landet man hier. Ja, das ist die Adresse. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. 1710, genau. Hier steht das. Ja, und wenn wir hier mal gucken, was 1710 ist, das ist so eine Cleaning-Firma, ja. Ich meine, gut, das wurde jetzt im November 2018 aufgenommen, aber da müssten sie ja schon eingezogen sein, sage ich jetzt mal, ne, weil das ist ja Mitte 2017. Also, das riecht mir wirklich nach ganz großem Scam. Hier ist noch so eine Firma, die irgendwie Architekten oder irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das nichts damit zu tun. Alles, was hier ist. Und das ist schon scheiße. Das ist schon echt scheiße. Also, die Kohle ist weg. Ein weiterer Beweis, dass es auch nicht immer gut ist, wenn man auf Kickstarter irgendwas supportet. Das kann auch in die Hose gehen und hier ging das halt auch in die Hose. Das ist schon kacke. Also, niemand hat das bekommen und alle haben es bezahlt. Habt ihr das auch bezahlt? Was haltet ihr davon? Also, da bin ich mal ordentlich auf die Schnauze gefallen. Ja, das werde ich in Zukunft mir auch überlegen, ob ich sowas dann öfter mache. So sieht es aus. Ja. Was wollt ihr von mir auch noch sehen in dieser Folge, was wurde aus? Oder in der Serie, was wurde aus? Was vermisst ihr? Wo soll ich mal ein bisschen mehr recherchieren? Zeigt mir, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Wude. Wude. Wude.